Hallo Leute, ich bin hier bei lautfm bei dem Sender, in dem Forum und der andere fragt, wie kann ich meinen Sender umbenennen und bla 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 bla. Und dann, ähm, hier, kann ich nicht bewerben, einfach um 9 Sender, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla, hier, ne warte, kann ich meinen Account, bla bla bla, äh, E-Mail machen, und dann hier so eine Antwort dazu, ja, einfach eine PN an Nico, bla 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 schicken, aber bitte beachten, beachten das auch deshalb, dass er deshalb Sondag und Feiertag hat. Wie bitte? Was ist ein einfacher PN? So, unverständlich. Was ist eine PN? Ja, eine Nachricht. Okay, danke, und wann muss ich, das machst du jetzt komplett hier, und wann muss ich dem schicken, äh, dem Schreiben? Schreiben? Ziehen Sie diese Sau, um die Frühlingsrolle! Che talkin' Sie dann? H senhor! Nee, wenn du deine Station austauschen willst, natürlich. Dreimal schicken du es auf eine Frühlingsrolle. Sorry, ich krieg mir nicht mehr. Das ist einfach... Oh Mann, ey. Oder dieses Smiley, ey. Ja, gut, warte ich auch schon wieder. Danke, bis zu gucken, bitte im nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.